Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt können meine Geschwister und ich endlich unsere Hausbesitzer ärgern! Gustav, sprengst du denn nicht richtig? Ich spreng ja, ich spreng ja, nur der Schlauch sprengt nicht richtig! Auf! Herr Mäuslein, haben Sie mir gewinkt, Nanu? Jetzt schreibe ich die Kündigung aus! Wer war das? Ausgerutscht! Rein in die Pante! Bübchen! Kommst du jetzt her, du Lauter! Wenn du jetzt nicht spürst, geht es sofort wieder ins Bett! Verstehen? Sag mal, warst du denn so ein Wartherr? Von dir! Ja! Aber die meisten Wirbel machen die Großen! Ich ziehe aus! Und was wird Klaus dazu sagen? Er wird froh sein, wenn er mich nicht mehr sieht! Aha! Er kann also die Sylvia küssen in der Früh, am Abend, in der Nacht, am Tag! Ich bin hier allein mit euch! Schei! Klasse! In der Abenddämmerung, geht ein Hauch von Liebe um! Blumen, die am Rande stehen, haben vieles schon gesehen! Du bist ein zu guter Mensch, Gustav! Prost! Prost, Alois! Ein zu guter Mensch! Fast schon ein Trottel! Fast schon ein Trottel! Was? Immer diese kindischen Ideen von den Erwachsenen! Irene! Kübchen! Gibst du und Klaus auch einen Kuss? Ihr Lause-Lüppels, ihr! Moment mal, Frau Mäuslein! Und alles, weil die Eltern sich in Mallorca amüsieren müssen! Mehr darf ich euch nicht verraten! Kommt ins Kino, seht den Film an! Hurra! Unsere Eltern sind nicht da! Uns gehört das ganze Haus! Mit der Ruhe ist es aus! Nun wird gelackt und gekrackt und ein Riesenfest gemacht! Hurra! Hurra! Unsere Eltern sind nicht da!